Weisheiten mit dem Rentner Weisheiten mit dem... Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Moin! Ich haue meinen Stuhl auch immer so ständig ganz natürliches Verhalten Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video! Okay, hätte jetzt nicht gedacht, dass das Video ist... Was wird das? Das wird doch... Ach Gott, ist der dumm! Ich hab's doch gewusst, Alter! Hier denn, Brati! Nicht grad stabil, Alter! Nicht grad stabil! Ey, wo hast du denn dein Pimmel gemacht gerade? Da hoch! Oh nein! Das ist nicht dein Pimmel! Da ist jemand mit der Waffe... Aber sowas ist schon... sowas ist schon seltener, oder? Ne, in Deutschland passieren solche Sachen auf gezielte Personen. Dann sind das wirklich Personen, die wirklich teure Uhren haben, Geld zu Hause haben oder halt, wo man die halt vom Internet aus her kennt. Oh nein! Hä, wie war die Schule? Ja, wie soll die Schule gewesen sein? So wie die anderen 365 Tage im Jahr! Voll witzig, Alter! Männer denken auch, die haben Rechte! Geht mal was jagen oder so, bau mir ein Haus, hä? Voll witzig, Alter! Was? Ja, was ist denn das für ne Holger? Fühlmaschine kann sprechen! Ja, aber gut! Was bin's du? Beifuß! So cool! Aha, die Gämpfer und Frauen sind wie Hunde, ja? Woher wissen wir das wohl? Man döds! Ja? Wohohoho! Jetzt kommt nur noch ein Frauendinger hier wie ein Monster! Moin! CSU auf TikTok hat nen blauen Haken! Boah, jetzt bin ich gespannt! Dinge, die wir in der CSU nicht tolerieren! Korruption? Wait a minute! Nach Lobbyismusvorwürfen Aserbaidschan 100.000... Warum sollte man auch Korruption tolerieren? Ja, es macht null Sinn! Wenn du Euro für Masken gehst! Gönn doch mal ein Bild! OOOOOOOOH! Professioneller Suchberater! Ganz cool, ganz cool! Sound? Sound, ja! Sound? Systemsteuerung! Sound Systemsteuerung! Bin ich reingegangen und hab die, äh... Sound Systemsteuerung? Frequenz geändert! Alles! Kannst du auch sagen... Surfbrett? Ja! Okay! Dann weiß ich, mit was wir es hier zu tun haben! Hahahaha! Sound Systemeinstellung, Alter! Hi Mom! Tag! Mistik! Was, Bruder? Kräieren Sie... Kräieren Sie verspielte Gemüsespiralen! Kräieren Sie verspielte Gemüsespiralen! Kräieren Sie verspielte Gemüsespiralen! Wer denkt sich doch... Okay, Digga, Alter! Holy Shit! Vielleicht war das eine YouTube-Kack! Jetzt hört es sich das zumindest gerade leicht schön stark an! Oh ja! Klärt das selber mit der Familie Elekno! Ich hab damit nicht... Oh, er hat den Namen geleakt! Elekno, wer ist Elekno? Den kennt eh keiner, weil diese Großfamilie einfach nur ein Low ist, Bruder! Weiß! Leons gefährliche Großfamilie... Tick und freundlich sind aber unglücklich... Sidney... Ey, die Gummibärenbande haben Gummibärensaft, damit aufpassen! Menschen verleiht das Zeug ganz schöne Kraft einfach! Ich hab's das Gefühl, dass viele Streamerinnen... Oh! Ich sag einmal einen großen Streamer-Namen, dass ich gern mit dem bisschen dies, das machen würde, dann reagieren alle auf mich und dann läuft besser! Liebe Streamerin da draußen, auch wenn ich weiß, dass ihr das mit Unge Monto auch gerne versucht, weil er halt auch ein verdammt gut aussehender Streamer ist... Bei mir zieht das nicht! Hehehehehehe! Na, perfekt! Alter, das war Jabbas-Kandal! Sehr gut! Jetzt hat er seine große Liebe gefunden! Vielleicht kann ich hier einfach... Stroh heißt Stroh auf Deutsch auf Stroh, ne? Die Zellen haben verschiedene Größen. Achtung, Carsten, die Insassen haben Bilder an der Wand, für die wirst du gebannt. Ich glaub, da liegen aber im Moment nur zwei, da haben wir Platz vier. Ein Einzelzellen der Strafgefangenen... Und da haben wir ein ganz normales Bild an der Wand. Ohhhhhhh! Das war ein ganz normales Bild! Das Bild bearbeitet sieht ganz normal aus, oder? Sag einfach, er sieht ein bisschen aus. Wir sind ständig auf Twitch unterwegs, die Religion ist ganz klar. Wie Allotrix, sag das mal. Nee, das sag ich nicht. Nein, sag doch, komm. Okay, der sieht ein bisschen aus wie Allotrix. Wo ist denn jetzt? Hä? Rieft kriegt kleinen Besuch im Stream. Hallo? Oh mein Gott. Hä? Es klappt. Hallo? Es ist nichts los. Kannst du wammeln. Ich hab gehackt, hallo? Rieft? Mont reagiert auf feuriger Hugo. Weisheiten mit dem Rentner. Weisheiten mit dem Rentner? Der ist gut. und mir geht das ein bisschen auf den sack digga das ist ja fast schon in monteheiler kanalige meine mutter nach dem eltern sprechtag jetzt würde ich mir auch gedanken machen alter da hast du auch ganz schön viel steiße gebaut was das kennt auch stimmen er hat nach dem eltern sprechtag nicht zuhause gesetzt und gewartet man die nächste prügel kommt jetzt noch mal auf deutsch ich habe keinen verstanden so viel neben gelaufen das ist ja noch mal ganz gut sind Ich bin halt bei Bougie. Man kennt das aber. Jetzt muss ich... Oha, die kriegt ja gleich auch mal. We got em. Also wenn man jetzt eine Person auswählen müsste, mit der man den Rest des Lebens zusammenlebt. Also sagt sie so wie es ist, bei mir ist es Honeypuff. Isa, der Song ist für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Als ich zu dir sagte, ich war scheißen, was fürs Meme. Isa, glaub mir. Ich war da nur kurz Wasser holen. Im Keller. Bitte glaub mir. 10k als Preis. Das ist das beste Wasser, das du haben kannst. Geld für die Ersten in die Cash. New York, meine Dieben, alles möglich mit dem Cash. Isa, es stimmt, was die Zuschauer sagen. Ich helfe alten Damen über die Straße. Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Können sie mir über die Straße helfen? Oh oh. Junge. Wiederschauen. Und rein. Halt eine Dame über die Straße helfen und die Welt mit Kippenmüll verpesten. Seriös? Sehr gut. Jetzt aber. Der Klub hat eingeschüttelt. Oh sorry, falscher Text. Sprechen lernen mit Monti. Und der kommt wieder im Grunde Reziosali... Re... Zio... Oder? Ich versuch's. Warte. Re... Zio... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Scheiß drauf. Und der ist fit. Ich glaub ich kann das aber auch nicht. Re... Zio... 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 Wie ein Tornschuh.. Aber klingt doch Loob? Das ist ja genau so schwer wie Defibrillator. Oder? Wer ist denn das? Ist das gegen? Brrrr... Wer erfindet überhaupt solche schweren Wörter? Wer kommt da drauf? Das ist genauso wie Ärzte Sprache. Wer versteht Ärzte Sprache? Kein Mensch Jetzt mach ich schon wieder Pause, Alter. Warum sprichst du nicht in einem Satz durch? Das ist mit... Wenn du beim Arzt bist und der dir irgendwas erklärt hat Do you know the time than the person you know the normal organization And the person... als beruf baumfäller ist erklärt er mit arztfachsprache was für eine krankheit du hast und dann sitzt du da Ah ja 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 okay ich kugel danach einmal was sie gesagt haben Ich bin gigant Oh ein gigant hier Wow Boah schön fischig Gigant nenn ich den jana Oh nein das Telefon klingelt I believe I can fly Schauspiel auf Wisch bestellt Ja wer rennt denn nicht so zum Telefon Hallo Was war denn das jetzt alter Voll krank Das war ein cooles Video Wenn euch das Video gefallen hat lasst dann ein Like damit nicht getan Abonniert die sind Farb für mich und bin damit Ciao Outro 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 Outro